...ist, wenn man jetzt auch zugehört hat, dass die Regierungsparteien immer noch nicht sensibel gegenüber den wahren Problemen der Menschen geworden sind. Und das würden wir uns wünschen. Und darum geht auch mein erster Gruß heute Abend raus an die Menschen an Cottbus, die eben für ihre Probleme demonstrieren und darauf aufmerksam machen. Das sind ja zwei Seiten unterwegs. Ich nehme an, Sie grüßen nur eine. An die Probleme, ja, es sind die Bürger, die auf die Straße gehen, die sich zu Recht im Übrigen beschweren, dass die Berichterstattung wieder so einseitig ist. Das muss man auch ganz klar so sagen. Es sind ja Bürger, die sich dagegen wehren, dass hier messerstechende Migranten auf unseren Straßen rumlaufen. Das muss man jetzt einfach mal sagen.